Herzlich willkommen, liebe Astrofreunde bei Urknall, Weltall und das Leben. Heute wieder einmal aus dem Hörsaal des Astronomie-Museums der Sternworte Sonneberg. Vielleicht hat die eine oder der eine von euch sich schon mal überlegt, warum es nachts eigentlich dunkel ist. Einfache Antwort, klar, weil die Sonne untergegangen ist, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern schon seit vielen Jahrhunderten fragen sich die Fachleute und die Menschheit gewissermaßen, wieso ist es eigentlich so, dass wenn wir weit ins Weltall hinaus gucken, wo also überall Sterne sind, unser gedachter Seestrahl nicht irgendwann auf eine Sternoberfläche treffen muss. Also eigentlich müsste der Sternhimmel, müsste der Nachthimmel gleißend hell sein, vielleicht so hell wie die Sonne. Dem ist offenbar nicht so. Und genau dieser Frage gehen wir heute in diesem Vortrag nach. Dafür haben wir einen Experten engagiert, Professor Karl-Heinz Lotze von der Universität Jena, der inzwischen emeritiert ist und bis zu seiner Emeritierung Professor für Physikdidaktik war. Er ist auch ein Fachmann auf dem Gebiet der Kosmologie und er weiß, wie dieses Rätsel, dieses Paradoxon, das sogenannte Olberische Paradoxon, zu lösen ist. Viel Spaß. Wir wollen heute, dazu möchte ich Sie jedenfalls einladen, über die Frage reden und nachdenken gemeinsam, warum der Nachthimmel dunkel ist. Da werden Sie vielleicht sagen, das weiß ich doch. Das ist aber, ohne dass ich Ihnen zu nahet reden will, für die meisten, jedenfalls war es für mich so, ein Wissen in dem Sinne, dass man sagt, es ist mir so seit Kindertagen bekannt. Und man braucht vielleicht jemanden, der einem sagt, dass das nicht selbstverständlich ist, warum es so ist, dass es anders sein könnte und am Ende, dass wir froh darüber sein müssen, dass es so ist. Sie könnten auch fragen, naja, das stimmt ja eigentlich gar nicht so richtig, dunkel wird es ja nachts gar nicht mehr. Das ist aber eine Frage verantwortungslosen Umgangs mit unserer Umwelt und über Lichtverschmutzung werde ich heute nicht reden. Es geht um das kosmologische Problem. Wir sind nämlich in der komfortablen Situation, dass wir ohne Teuberteleskope benutzen zu müssen, einen Anlass haben, über unsere Welt, wie sie gebaut ist, in ganz großen Dimensionen nachzudenken. Die Disziplin, die dieses tut, mit allen Vorbehalten, der Unsicherheit, des Wissens, das sie produziert, nennt man Kosmologie. Was hat das mit der Dunkelheit des Nachthimmels zu tun? Ich zeige Ihnen zu Beginn zwei Aufnahmen, die einen dasselbe Areal am Himmel zeigen und die zu den tiefsten Blicken gehören, die die Menschheit je in die Tiefe des Universums geworfen hat. Das sogenannte Hubble-Ultra-Deep-Field, also das Tiefblickbild, wenn Sie so wollen, hergestellt mit dem Hubble-Teleskop auf der linken Seite. Es handelt sich dabei um ein kleines Areal, dessen Fläche ungefähr ein Zehntel von der Fläche des Vollmondes ist, also sozusagen ein Nadelstich an den Himmel und auf der rechten Seite, das muss man heutzutage zeigen, das gleiche Areal oder zumindest ein großer Ausschnitt davon, wie ihn das James-Webb-Teleskop zeigt. Wenn man solche Bilder sieht, dann liegen zum Beispiel zuerst einmal Fragen nahe, wie, was sehe ich eigentlich? Und die erste Antwort lautet, Sterne sind es nicht. Alles, was wir hier sehen, sind Galaxien, Milchstraßensysteme also, die aus Milliarden von Sternen bestehen. Man möchte sie einzeln studieren. Man möchte verstehen, wie sie sich entwickeln. Und als man schon in den 1960er Jahren, als man wusste, was man mit Raumfahrt alles anstellen kann, darüber nachdachte, ein Weltraumteleskop zu konstruieren, waren sich die Konstrukteure nicht einig über die Frage, ob es denn den großen Aufwand an Intellekt und Geld auch lohnen würde, weil sie befürchtet haben, dass diese Galaxien, die man dann sieht, bei der Tiefe des Blicks in das Universum hinein, so dicht stehen, dass sie einander überlappen, einander gegenseitig verdecken und, wie man damals gesagt hat, eine sogenannte Konfusionsgrenze erreichen, damit ist genau gemeint, dass man sie einzeln nicht mehr unterscheiden kann. Und das wäre natürlich nicht komfortabel für den Astronomen, der ja diese Objekte eben einzeln studieren will. Und es war tatsächlich eine Erleichterung zu sehen, dass dieses Bild, wenn auch mit Galaxien, auf so kleinem Raum das reproduziert, was wir mit bloßen Augen sehen, wenn wir den Sternenhimmel betrachten. Die einzelnen Galaxien überlappen einander nicht. Sie sind getrennt durch schwarze Leerräume. Darauf richtet man den Blick vielleicht nicht zuerst. Das wollen wir aber heute tun. Nicht über die Objekte reden, die wir hier sehen, sondern über die Schwärze des Himmels dazwischen. Warum überlappen die Galaxien einander nicht? Warum sehen wir offenbar so wenige, dass noch so viel Platz zwischen ihnen ist? Und schließlich, was ist denn eigentlich die Schwärze, die wir da sehen? Warum ist das Gebiet zwischen den Galaxien nicht zum Beispiel dunkelrot? Oder was immer Sie wollen. Also halten wir das noch einmal fest als eine bemerkenswerte Tatsache. Sogar die mächtigsten Teleskope, also das Hubble-Teleskop und das James-Webb-Teleskop, zeigen einen dunklen Nachthimmel. So wie wir ihn auch sehen. Nur was wir beobachten sind, mit einer einzigen Ausnahme vielleicht. Nicht Galaxien, sondern die Sterne. So, das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen eine sinnvolle Frage stellen, die man dann auch beantworten kann. Wo ist also das Problem? Wir wissen nicht, wer zuerst die Frage nach dem dunklen Nachthimmel gestellt hat. Ich werde nachher noch einmal darauf zurückkommen, dass es auf jeden Fall der Astronom Johannes Kepler war. Wir können aber einmal vielleicht mutmaßen, dass es jemanden gegeben hat, der, nachdem das kopernikanische Weltbild entstanden ist, sich doch gewundert hat, warum der Nachthimmel dunkel ist. Nun sehen Sie bei diesem kopernikanischen Weltbild die Sonne im Zentrum, dann die Planeten aufgeweiht bis zum Saturn, die jenseits des Saturn waren damals nicht bekannt. Und worauf es uns jetzt ankommt, wir sehen hier eine Fixsternsphäre, in der Idee also irgendeine Art Kristallsphäre, wie man sagt, auf der die Sterne festgemacht sind. Von Galaxien wusste man damals auch nichts. Da man keine Ahnung hatte, wie weit die Sterne weg sind, hat man sie sozusagen auf diese Kristallsphäre geheftet und sie haben eben in diesem Bild alle den gleichen Abstand von der Sonne. Es hat übrigens bis 1836 gedauert, bis man zum ersten Mal wusste, wie weit ein Stern entfernt ist. Und wenn jemand gefragt hätte, warum ist denn dann der Nachthimmel dunkel, dann hätte die einfache Antwort lauten können, nun ja, diese Kristallsphäre ist dunkel, sie ist schwarz und die Sterne, die darauf festgeheftet sind, sind so wenig zahlreich, dass man eben den schwarzen Zwischenraum, die Kristallsphäre, selber sieht. Das wäre eine denkbare Antwort. Das Problem, über das wir reden, wird aber richtig ernsthaft, in dem Moment, wo jemand im Geiste den Mut hat, diese kristalline Fixsternsphäre in einheitlicher Entfernung von der Sonne aufzulösen und die Sterne gleichmäßig in einem unendlich gedachten Raum zu verteilen. Da fällt der Name Thomas Digges, auch der Magdeburger Bürgermeister Otto von Gericke, der Mann mit dem Luftdruck, wie Sie wissen, gehört dazu. Und nun entsteht ein Problem. Wenn es in einem Raum unendlich viele Sterne gibt, dann sollten die doch vielleicht in ihrer Gesamtheit den Nachthimmel hell machen. Und wir machen jetzt einmal folgende Voraussetzungen, der Einfachheit halber, um das genauer zu analysieren. Wir wollen annehmen, dass alle Sterne hinsichtlich ihrer Masse, ihrer Größe und ihrer Leuchtkraft so sind wie die Sonne. Das Wort Leuchtkraft ist so ein merkwürdiger Name, den die Astronomie traditionell geprägt hat. Für die physikaffinen Damen und Herren unter Ihnen, gemeint ist eine Strahlungsleistung. Und diese Annahme, die wir hier machen, die stimmt auch nicht ganz. Wir wissen zum Beispiel, dass Sterne eine Masse haben, kann man sich leicht merken, zwischen 8% und dem 80-fachen der Sonnenmasse. Aber diese große Spanne, die werden wir einfach ignorieren. Dann nehmen wir an, dass das Universum unbegrenzt sei. Der Raum soll so sein, wie wir Geometrie in der Schule gelernt haben. Die Winkelsumme in Dreiecken sei 180 Grad. Die Kreiszahl Pi bestimmt das Verhältnis von Radius und Umfang eines Kreises und vieles andere mehr. Also die Geometrie Euclids. Und die Sterne sollen gleichförmig im Raum verteilt sein. Auch das ist augenscheinlich nicht richtig. Denn wenn Sie an einem klaren Abend sich den Himmel anschauen, dann gibt es besonders viele Sterne dort, wo das Band der Milchstraße ist und senkrecht dazu am Himmel, zum Beispiel in der Polarregion, vergleichsweise wenig. Auch dieses Detail werden wir ignorieren. Wissen Sie, das ist so. Denken Sie bitte nicht, dass wir jetzt anfangen, schludrig zu argumentieren. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Das ist so, wenn Sie einen Physiker, einen Theoretiker zumal tragen, er soll den Vorgang beschreiben, wie Hühner ihre Eier legen, dann sind für einen Physiker nicht nur die Eier, sondern auch die Hühner erstmal kugelförmig. Das ist das gröbste Modell, die gröbste Näherung. Und dann kann man, wenn man das Wichtigste verstanden hat, hinterher das Modell verfeinern. Wir kümmern uns erst einmal um das Wichtigste. Wir nehmen auch an, und das ist die hartnäckigste Annahme, die es in der Geschichte der Kosmologie vielleicht gibt, dass das Universum der Inbegriff von Ewigkeit ist, dass es unveränderlich ist, dass keine Bewegungen stattfinden im Großen und dass es auch unendlich alt ist. Wir dürfen es den Vorgängern, die zu Zeiten von Kopernikus und Thomas Dickes gelebt haben, nicht übel nehmen, wenn sie auch der Meinung sind, dass das Universum und insbesondere die Sterne unendlich alt sind. Selbst Einstein hat seine Relativitätstheorie abgeändert, weil sie ihm wichtigerweise gesagt hat, dass das nicht stimmt. Aber er war auch selbst so verhaftet in diese Idee der Unveränderlichkeit und Ewigkeit, dass er seine Theorie modifiziert und diese Modifikation später zurückgenommen hat. Uns heutigen kommt es wahrscheinlich sehr merkwürdig vor, zu behaupten, dass Sterne ewig leuchten können. Sie haben ja eine endliche Masse, sie haben eine endliche Größe. Und sie haben einen endlichen Vorrat, aus dem sie Energie erzeugen können. Und insofern ist es sicherlich nicht so, dass sie ewig leben oder ewig leuchten. Aber erst einmal nehmen wir das an und lassen diese Annahme dann im Laufe der Zeit fallen. Was ist nun die Vorhersage? Edmund Halley, der Mann, nachdem der große Komet benannt ist, hat sich vorgestellt, dass um einen Beobachter herum man die Welt einteilen kann in Kugelschalen, die eine bestimmte kleine Dicke haben. Und wenn man annimmt, dass die Sterne gleichmäßig verteilt sind, dann ist ihre Anzahl proportional zum Quadrat des Radius einer solchen Schale. Nicht wahr? Sie wissen, die Fläche einer Kugel geht mit dem Quadrat des Radius und wenn die Sterne gleichmäßig verteilt sind, dann so auch deren Anzahl. Nun wissen Sie aber, dass zum Beispiel zwei Straßenlaternen, für die Sie sichergestellt haben, dass da Glühbirnen der gleichen Wattzahl drin sind, unterschiedlich hell sind. Und zwar die doppelt so weit entfernten nur noch ein Viertel so hell, die dreimal so weit entfernten nur noch ein Neuntel so hell. Es hebt sich also die Anzahl, so hat Halley argumentiert, der Sterne, die auf einer solchen gedachten Schale sind, gerade auf mit der abnehmenden Helligkeit, die die Sterne haben. Sie sind schwächer, wenn sie weiter weg sind. Und dann hat er gesagt, dann ist es so, dass jede dieser Schalen gleich viel zur Nachthimmelshelligkeit beiträgt. Und in einem unendlich ausgedehnten Universum haben wir unendlich viele Schalen. Also sollte der Nachthimmel vielleicht unendlich hell sein. Dieses unendlich hell werden wir gleich wieder los. Verschrecken Sie darüber nicht. Wir haben noch nicht sorgfältig genug nachgedacht. Aber selbst wenn man so argumentiert wie Halley, und ich gehe jetzt diesen historischen Gang etwas durch, dann ist die vorhergesagte unendlich große Nachthimmelshelligkeit einfach in einem ganz krassen Widerspruch zu aller Erfahrung. So sehen wir den Himmel nicht. Diese Frage nach dem dunklen Nachthimmel, und das ist Ihnen vielleicht schon begegnet, wird verbunden mit dem Namen von Heinrich Wilhelm Olbers, ein Arzt und Astronom aus Bremen, der bei weitem nicht der Erste war, der die Frage nach dem dunklen Nachthimmel gestellt hat. Lesen wir aber einmal, was er 1823 geschrieben hat. Er schrieb, und ich betone dann eine ganz besondere Stelle, sind wirklich im ganzen unendlichen Raum Sonnen vorhanden. Sie mögen nun in ungefähr gleichen Abständen voneinander oder in Milchstraßensysteme verteilt sein. So wird Ihre Menge unendlich, und jetzt kommt, und da müsste der ganze Himmel ebenso hell sein wie die Sonne, nicht unendlich hell, wie die Sonne, sagt er. Denn jede Linie, die ich mir von unserem Auge gezogen denken kann, wird notwendig auf irgendeinen Fixstern treffen, und also müsste uns jeder Punkt am Himmel Fixsternlicht, also Sonnenlicht, zusenden. Warum sagt Olbers, so hell wie die Sonne, und nicht unendlich hell? Das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen, und dann so schrittweise verstehen, warum es nachts nicht hell sein kann. Halten wir einen Moment inne, und überlegen uns, was wir hier nun zu erklären haben. Jetzt haben wir eine sinnvolle Frage gestellt, die wir auf zweierlei Weise formulieren können. In einem unbegrenzten, von Sternen erfüllten Universum trifft jeder Seestrahl schließlich auf die Oberfläche eines Sterns. Also sollten wir uns wundern, warum nicht der ganze Himmel mit Sternen bedeckt ist. Woher die Lücken? Oder anders ausgedrückt, das werde ich in dem Vortrag aber nicht so sehr thematisieren, ein heller Nachthimmel würde bedeuten, dass es zwischen den Sternen und dem leeren Raum ein Gleichgewicht gibt, in der Art, dass der Raum zwischen den Sternen erfüllt ist mit Strahlung, die so heiß ist wie die Oberfläche eines Sterns. Dann wäre der Nachthimmel hell. Warum ist er nicht so mit Sternenlicht erfüllt? Hier könnte eine kurze Antwort lauten, die werde ich aber dann nicht weiterverfolgen. Wenn das so wäre, dann gäbe es keine Sterne. Für die Sterne ist wesentlich, dass es ein Temperaturgefälle vom Zentrum zur Oberfläche gibt. Sterne müssen strahlen, die müssen die Energie loswerden. Aber wenn ihre Umgebung so heiß ist wie sie selber, können sie das nicht. Es ist aber eine Existenzbedingung für einen Stern, dass er strahlt. Also wie nun die Antwort? Da hilft uns der schon erwähnte Otto von Gericke mit einer Analogie, die es uns leicht macht, die Antwort zu finden. Er schrieb, denn dass sie, gemeint sind die Sterne, nicht bis ins Unendliche beobachtet werden können, beweist noch nicht, ihr nicht vorhanden seien. So wenig wie jemand behaupten kann, ein Wald habe deswegen ein Ende, weil in weiterer Ferne keine Bäume mehr zu sehen seien. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen auf einer Wiese und blicken in einen Wald, der nur tief genug ist. Dann werden Sie im sprichwörtlichen Sinne irgendwann einmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, die sozusagen Front machen. Und Sie können nicht durchschauen und können nicht den Himmel dahinter sehen. Wovon hängt das ab? Das hängt davon ab, wie dicht die Bäume stehen und wie dick ihre Stämme etwa in Augenhöhe sind. Stehen Sie sehr dicht und sind Sie sehr dick, dann werden Sie nicht weit in den Wald hineinschauen können, stehen Sie nicht so dicht und sind dünn, dann können Sie weiter in den Wald hineinschauen. Das schauen wir uns einmal an und übertragen das ganz direkt dann auf den Sternenhimmel. Hier haben Sie so eine Situation. Wir bauen die Annahmen, die wir über die Sterne und das Universum gemacht haben, nach, indem wir sagen, die Baumstämme sollen in Augenhöhe alle die gleiche Dicke haben. Denn wir haben ja gesagt, alle Sterne seien sonnenähnlich. Der Wald sei hinreichend ausgedehnt und die Bäume seien gleichförmig verteilt. So wie wir annehmen, dass die Sterne oder in modernerer Sprechweise die Galaxien gleichmäßig verteilt sind. Und wir nehmen an, dass die Zahl der Bäume, die auf einem bestimmten Areal stehen, die sogenannte Anzahldichte, Anzahl von Bäumen pro Quadratmeter, in dem ganzen Wald und auch über die Zeit konstant ist. Es sollen keine nachwachsen, es sollen keine umfallen und verwesen. Also alles so, wie wir es für die Sterne auch wollten. Die einfachsten Annahmen, die wir uns so denken können. Bitte erschrecken Sie nicht über die Zahlen. Wir werden keine komplizierte Mathematik machen. Das ist eine Kopffächenaufgabe, die jetzt kommt. Sie sehen, wir als Beobachter stehen in diesem Wald und diese Zylinder, die da stehen, das seien eben Teile der Baumstämme in Augenhöhe. Die Bäume haben eine bestimmte Dicke. Ein Baum beansprucht für sich eine bestimmte Fläche, wie es eben in der Realität so ist. Und nun können wir einmal überlegen, was wir mit diesen beiden Zahlen anstellen können, um herauszubekommen, wie weit wir in diesen Wald hineinschauen, bevor wir ihn vor lauter Bäumen wirklich nicht mehr sehen, wie man so sagt. Das ist die maximale Blickentfernung. Wie weit kann ich in den Wald hineinschauen? Nehmen wir ein Beispiel. Der Stammdurchmesser, die Dicke des Baumstamms sei ein halber Meter und ein Baum beansprucht 10 mal 10 Meter, auf denen er steht. 100 Quadratmeter. Diese maximale Blickentfernung ist das Verhältnis dieser beiden Zahlen. Wir teilen die Fläche durch die Dicke und bekommen heraus 200 Meter. Das kann man mathematisch sehr viel präziser definieren. Das ist aber nicht die Aufgabe des heutigen Abends. Es ist kein Beweis, aber ich sage für die Zweifler unter Ihnen, ich habe vor Jahren einmal diese Sache erzählt und ein Jahr später kam ein Lehrer zu mir bei einer Tagung und hat gesagt, er habe bei einem Wandertag mit seinen Schülern das ausprobiert und er könne nur bestätigen, dass das stimmt. Das ist natürlich kein Beweis. Also, noch einmal, wir müssen wissen, wie viel Raum beansprucht ein Baum für sich, genauer gesagt Fläche, und wie dick ist er. Und wie die beiden Zahlen sich verhalten, hatte ich schon erklärt. Große Fläche, dünne Bäume, kleine Fläche, dicke Bäume, kann man sich überlegen. Jetzt übertragen wir das auf die Sternenwelt. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass wir jetzt eine Dimension mehr haben. Wir schauen in den Raum hinein und was Sie hier sehen, das sind eigentlich diese Kugelschalen von Edmund Halley. Der gedankliche Fehler, den wir gemacht haben, Fehler in Anführungsstrichen, als wir zu dem unendlich hellen Nachthimmel gekommen sind, war, dass wir angenommen haben, die Sterne seien punktförmig. Bei dem Wald haben wir von vornherein gesagt, die Baumstämme haben eine bestimmte Dicke. Und wenn Sie sich nun vorstellen, Sie würden auf einem Lichtstrahl sozusagen mitfliegen, sagen wir auf die Sonne zu, dann sehen Sie diese riesige Sonne als eine Scheibe, die sich da im Raum innen entgegenstellt. Teilchenphysiker sagen dazu Wirkungsquerschnitt. Also die Sonne stellt für die Ausbreitung von Licht ein Hindernis dar, weil sie eine bestimmte Größe hat. Und diesen Querschnitt müssen wir kennen. Den werden wir nachher gleich angeben. Und dem Areal, auf dem ein Baum steht, entspricht das Volumen, das ein Stern beansprucht für sich. Also die Frage, wie groß ist ein gedachter Würfel im Kosmos, aus dem ich die ganze dort dünn verteilte Materie zusammenfegen muss, um daraus eine Sonne zu machen, die eine Dichte hat, die nur etwas über der des Wassers liegt. Was aber ungeheuer viel ist im Vergleich zu dem, wie die mittlere Dichte im Universum beschaffen ist. Und dann gibt es eine maximale Blickentfernung wie bei dem Wald, dieses Volumen, das ein Stern für sich beansprucht, im Verhältnis zur Größe seiner Scheibe. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir nach der Realität in unserer Welt fragen müssen, wie ist das Weltall beschaffen? Nicht erschrecken, die Zahlen dienen zum größten Teil zu meiner Erinnerung. Wir wissen, wie groß die Sonne ist. Sie hat einen Radius von 700.000 Kilometern knapp. Das entspricht einer Fläche von einer Billion Quadratkilometern. Eine Querschnittsfläche der Sonne. Wie sie sich dem Licht in den Weg stellt, das sich ausbreiten will. Und nun beantworten wir die Frage, die ich eben gestellt habe. Wie groß ist das Volumen für einen Stern? Wir wollen eine Sonne bauen mit 1,4 Gramm pro Kubikzentimeter Dichte. Und im Mittel ist das Universum im Wesentlichen leer, weil es ein Proton pro Kubikmeter enthält. Sie können auch sagen, ein Wasserstoffatom. Das Elektron macht das Kraut nicht fett. Man kann sich unter diesen wahrhaft astronomisch, diesmal astronomisch kleinen Zahlen, vielleicht wenig vorstellen. 10 hoch minus 30 Gramm pro Kubikzentimeter. 10 hoch minus 3 ist ein Tausendstel. 10 hoch minus 6 ein Millionstel. 10 hoch minus 9 ein Milliardstel. Und nun sind wir bei 10 hoch minus 30. Das bedeutet, wir müssen aus einem Würfel mit dem Volumen von einer Milliarde Kubiklichtjahren Volumeninhalt alle Materie zusammenquatzen, damit wir eine Sonne bauen können. Dann ist die maximale Blickentfernung, also das Äquivalent zu den 200 Metern bei dem Wald, die unvorstellbar große Zahl von 10 hoch 23 Lichtjahren. Sie werden wissen, was ein Lichtjahr ist. Ich will es dennoch einmal sagen. Das klingt nach einem Zeitmaß, es ist aber ein Längenmaß. Nämlich die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Ungefähr 9 Billionen Kilometer. Denn pro Sekunde legt es 200.000 Kilometer zurück. Und hier haben wir, es reicht, wenn Sie im Moment die Achseln zucken und sagen, oh, das ist aber eine große Zahl. Aber auf die kommt es an. Eine Billion mal eine Billion Lichtjahre. Und ein Lichtjahr selber ist schon eine Billion Kilometer. Also eine ungeheuer große Entfernung. Und worauf es nun ankommt, ist, wenn wir so weit in das Universum hineinblicken, ich sage schon mal, in Klammern könnten, dann würden die Sterne erstmals sich so gegenseitig verdecken, dass die dahinterstehenden zur Nachthimmelshelligkeit nichts beitragen. Und die, die wir sehen, machen den Himmel hell wie die Sonne. Was offenbar ja nicht stattfindet. Und was noch schlimmer ist, ich nehme das jetzt mal schon vorweg, während wir auf das Licht der entferntesten Sterne warten, in dieser Riesenentfernung. Und Sie erinnern sich, auf den großen Schalen sind die meisten Sterne. Müssen wir verlangen, dass die uns nahestehenden Sterne wie die Sonne unverändert weiter leuchten, damit am Ende genügend Licht zusammenkommt. Und jetzt ist die Frage, ist das so, kann das so sein? Und nun werden wir anfangen, unsere einfachen Annahmen, Sie erinnern sich, die kugelförmigen Eier und die kugelförmigen Hühner, aufzuweichen und präziser zu machen. Nämlich, das hatte ich eben schon gesagt, Licht weitet sich mit einer endlichen, sehr großen Geschwindigkeit aus. Ich würde mir wünschen, dass jede Dame von Ihnen und jeder Herr, wenn Sie den Saal heute verlassen, und vielleicht vieles von dem, was ich erzähle, sich nicht merken können oder wollen, wenigstens einen Gedanken denken, der der wichtigste ist in der ganzen Kosmologie. Wenn wir in den Raum hinaus schauen, schauen wir notwendigerweise in die Zeit zurück. Denn die Botschaft des Lichtes wird mit endlicher Geschwindigkeit überbracht. Wieder zur Aufmunterung, wenn Sie mir frontal ins Gesicht schauen oder ich Ihnen, den Herrn davon zum Beispiel, dann haben wir einen simultanen Eindruck voneinander. Aber genau genommen müssen wir mitdenken, praktisch nicht, dass meine Nasenspitze dem Herrn mir gegenüber etwas näher ist als meine Ohren. Also empfangen Sie Licht von meinen Ohren, das etwas weiter aus der Vergangenheit kommt als das von meiner Nasenspitze. Ich will Sie ja gerade zum Lachen bringen, weil es im praktischen Leben nicht wichtig ist. Der Philosoph René Descartes hingegen war der Meinung, Licht müsse sich unbedingt unendlich schnell ausbreiten, weil wenn nicht, dann würden wir, wie er gesagt hat, bei der Rekonstruktion, bei der gedanklichen Rekonstruktion unserer Umwelt verrückt werden, weil wir genau das immer mitdenken müssen. Das Licht von den Ohren und von der Nasenspitze ist nicht gleichzeitig ausgesandt worden, das wir aber gleichzeitig empfangen. Gehen wir weg von der Albernheit. Auch beim Mond ist das noch nicht mal so richtig interessant. Einein Drittel Sekunde schauen wir in die Vergangenheit, bei der Sonne 8,5 Minuten, bei der Andromeda-Milchstraßen, bei der Andromeda-Galaxie 2,5 Millionen Jahre. Und wenn wir auf diese sich schließende Fläche von Sternen in 10 hoch 23 Lichtjahren zurückschauen, dann schauen wir 10 hoch 23 Jahre zurück. 1694, ein gewisser Francis Roberts, Licht benötigt mehr Zeit, um von den Sternen zu uns gelangen, als wir für eine West-Indien-Reise, die gewöhnlich sechs Wochen dauert. Das waren wenige Jahrzehnte, nachdem die Lichtgeschwindigkeit bestimmt worden war. Und über Sternentfernungen wusste man nichts. Diese Gedanken hatten aber, das will ich so nebenbei erzählen, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts eine gewaltige gesellschaftliche Relevanz. Weil die Leute nämlich gesagt haben, wenn das Buch Genesis in der Bibel Recht hat, mit einem Alter der Welt von 6000 Jahren und wir schauen zurück in der Zeit, wenn wir nur weit genug hinaus schauen, dann könnten wir ja sozusagen dem Schöpfer bei seinem Handwerk zusehen. Und davor sind viele Leute zurückgeschreckt, respektable Astronomen, die vielleicht aus Angst um ihre Stellung, die sie inne hatten, solche Gedanken lieber nicht geäußert haben. Auf die kommt es uns aber an. Und die zweite Modifikation unserer Voraussetzung ist, ist, dass das Universum ein endliches Alter hat und dass auch die Sterne eine endliche Leuchtdauer haben. Letzteres akzeptieren sie, glaube ich, freiwillig, weil eben nicht genug Energievorräte da sind. Wieder ein kleines Intermezzo. Wir haben schon fast die Lösung. Wir haben sie nur noch nicht klar ausgesprochen. Und einer der ersten, der sie sich ausgedacht hat, war kein Astronom, sondern Edgar Allan Poe. Wäre die Aufeinanderfolge der Sterne endlos, würde der Himmelshintergrund eine einheitliche Helligkeit haben wie die Milchstraße. Das klingt so ähnlich wie bei Olbers, wie die Sterne. Denn es gäbe in diesem Hintergrund absolut keinen Punkt, an dem sich kein Stern befände. Daher wäre die einzige Möglichkeit, unter diesen Umständen die Leere zu verstehen, die unsere Teleskope in zahllosen Richtungen finden, anzunehmen, dass die Entfernung des unsichtbaren Hintergrundes so riesig ist, 10,23 Licht, ja, wusste er aber nicht, dass uns bis jetzt noch kein Lichtstrahl von ihm erreichen konnte. Das wäre es gewesen. Und dann setzte er aber dazu, dass das so sein könnte. Wer wollte wagen, es zu leugnen? Ich behaupte einfach, dass wir nicht einmal den Schatten eines Grundes haben, um zu glauben, dass es so ist. Hätte er geschwiegen, wäre er ein Weiser geblieben, der er aber ohnehin war. Es ist so. Er hat recht. Und nun möchte ich Sie bitten, mir noch ein Stück zu folgen bei der Konstruktion eines Instruments, mit dem wir uns das alles anschaulich machen können. Nämlich, wir wollen einen grafischen Fahrplan für das Licht zeichnen. Und alles, was dabei herauskommt, ist das, was Sie, wenn auch nicht das Licht, heute auch getan haben. Sie waren zu Hause, haben sich überlegt, um 19 Uhr geht dieser Vortrag los, da will ich hin. Bis dahin ist es so und so weit. Ich weiß, wie schnell ich bin unterwegs. Dann kann ich mir ausrechnen, wann ich zu Hause losgehen muss, damit ich rechtzeitig da bin. Einfacher Gedanke. Wären mir junge Leute im Saal, dann hätte ich das ein bisschen anders erzählt. So mit einem Weg zur Disco oder wie auch immer. Aber mehr bedeutet das nicht, was ich Ihnen zeigen will. Wir zeichnen ein Diagramm, wo Abstand aufgetragen ist und die Zeit. Und dann gibt es hier diese durchgezogenen blauen Linien. Das sind Parallelen zu dieser Zeitachse. Jede von ihnen soll einen Stern repräsentieren oder ein Milchstraßensystem, eine Galaxie. Wir haben gesagt, dass dieses Universum gleichmäßig aufgebaut ist. Deswegen haben diese Linien alle den gleichen Abstand voneinander. Und die Milchstraße, in der wir sitzen, wird repräsentiert durch die Zeitachse selber. Und dann gibt es eben, sagen wir hier, die Andromeda-Galaxie als nächste von uns und so weiter und so weiter. Und dieses Bild geht bis ins Unendliche fort. Ich kann es nur natürlich nicht zeichnen. Und jetzt ist die Frage, wie breitet sich Licht aus? Licht kann nicht so eine parallele Linie zur Zeitachse sein. Denn das hieße ja, zu jeder Zeit ist diese Galaxie im gleichen Abstand. Unser statisches Universum. Licht muss sich ausbreiten. Das ist eine definierende Eigenschaft. Immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Das ist diese rote Linie. Und das Zweieck soll bedeuten, wenn wir in den Raum hinaus schauen, dann schauen wir in die Zeit zurück. Und wenn jemand auf dieser Galaxie uns ein Lichtsignal senden möchte mit einer Botschaft und er weiß, wie weit er von uns weg ist, dann kann er sich überlegen, wann dieses Lichtsignal starten muss, dass es genau richtig bei uns ankommt. Das ist alles. Wie ein grafischer Fahrplan. Und da steht das Wort Lichtkegel. Nun ja, eigentlich müsste man ja drei Dimensionen zeichnen und noch die Zeit dazu und vier kann man nicht zeichnen. Wir könnten einen Kegel zeichnen durchaus. Aber wir haben es hier noch einfacher gemacht und uns auf zwei Dimensionen beschränkt. So, was sehen wir hier? Das Universum ist unbegrenzt im Raum, jedenfalls wenn wir uns denken, dass diese Linien immer weiter fortgezeichnet werden. es ist unbegrenzt in der Zeit, wollen wir annehmen, für den Moment noch. Das heißt, diese Linien gehen in die Vergangenheit und in die Zukunft, beliebig weit, und die Sterne leuchten, was durch die blauen Linien angezeigt ist, in alle Ewigkeit. Die endliche Lichtgeschwindigkeit kommt hinzu. Und nun sehen Sie, dass diese, wie man sagt, Weltlinie, oder Sie können auch einfach sagen, Lichtgerade, diese rote Linie, zu jeder Zeit unendlich viele solche blauen Linien schneidet. Das heißt, zu jeder Zeit sollte das Universum hell sein, sollte der Nachthimmel hell sein. Das ist die grafische Darstellung dessen, was wir schon gesagt haben. Ewig ist sozusagen Zeit genug für alles. Auch, dass das Licht von unendlich vielen Sternen bei uns ankommt. So, jetzt machen wir eine Änderung. Warum auch immer. Ich werde Ihnen zwei Varianten vorstellen. Eine physikalische und eine nichtphysikalische. Wir führen einen Anfang der Zeit ein. Das heißt, diese Linien gehen nicht beliebig weit nach unten in die Vergangenheit. Was bedeutet das? Wenn wir heute das Licht von Galaxien aus der Vergangenheit entgegennehmen, dann können das nicht unendlich viele sein, obwohl unendlich viele hier existieren. Es gibt einen Horizont. Wir schauen so weit in den Raum hinaus, wie die Welt alt ist. Nebenbei gesagt, das gilt nur in einem statischen Kosmos, in einem expandierenden nicht, aber das ist nicht unser Thema. So, eine bestimmte Zeit später schauen wir weiter in den Raum hinaus. Obwohl sich nichts bewegt außer dem Licht, brauchen Sie nur da zu sitzen, an den Himmel zu schauen und das für Sie beobachtbare Universum wird immer größer. Einfach, weil die Zeit vergeht. Ich sage Ihnen aber, vergeuden Sie über Zeit nicht. Wir reden über Kosmologie und nicht über Menschenalter. Sie werden das nicht durch eigene Beobachtung feststellen. Es gibt, wie man sagt, und das ist ein ganz natürlicher Begriff, einen Horizont, eine letzte Galaxie, die wir sehen können. Und was sehen wir von ihr? Das Licht, das sie aussandte, als sie entstand. Jenseits davon, wie eben hinter dem Horizont, geht es weiter, wie ein Lied sagt. Aber die Welt ist noch nicht alt genug, dass wir das mitbekommen. Wir müssen einfach warten. Und nun sehen Sie, eine Antwort auf die Frage nach der Dunkelheit des Nachthimmels könnte sein, das Universum ist zu jung, als dass es hell sein könnte am Himmel. Zehn hoch 23 Lichtjahre. Wenn wir dieses Bild vorzeichnen, ich habe es nicht ausgerechnet, wir würden mit dem Bild ins Weltall gelangen, um es aufzuzeichnen. Unser Horizont ist noch lange nicht weit genug, sondern sehr viel kleiner als diese notwendigen, weil unsere Welt so ist, zehn hoch 23 Lichtjahre. Es sind noch nicht genug Sterne hinter dem Horizont hervorgekommen. Das könnte eine Antwort sein. Wir müssten noch Aberbillionen Jahre warten, bis der Himmel hell wird. So, jetzt hatte ich gesagt, der Anfang der Welt, das haben wir ja jetzt mal nur so in unser Bild eingezeichnet. Kann man so etwas denn denken? Johann Mädler hat das nicht-physikalische Argument geboten, in dem er sagte, die Welt ist erschaffen, also nicht von Ewigkeit her. In der ersten Grafik, die ich Ihnen gezeigt habe, war es von Ewigkeit her. In der zweiten nicht mehr. Keine Bewegung im Universum kann folglich eine unendliche Zeit gedauert haben. Auch die des Lichtstrahls nicht. In der endlichen Zeit, die ihm zu laufen vergönnt war, bis er unser Auge erreicht hatte, konnte er also auch, seine Geschwindigkeit sei so groß, als sie wolle, nur einen endlichen Raum durchlaufen, dessen Grenze wir angeben könnten, wenn wir den Zeitpunkt der Weltschöpfung zu bestimmen imstande wären. Ich werde Ihnen am Ende des Vortrages sagen, dass wir dazu imstande sind, obwohl wir dann nicht Weltschöpfung dazu sagen. Machen wir weiter. Ja, die Welt hat ein endliches Alter und was wir noch nicht berücksichtigt haben, ist, dass die Sterne eine endliche Leuchtdauer haben. Und nun kommt wieder die Sache mit den Eiern und den Hühnern. Wir nehmen an, was streng genommen nicht stimmt, dass alle Sterne sich verabreden, gleichzeitig mit dem Leuchten zu beginnen. Und da sie sonnenähnlich sein sollen, sollen sie auch nach einer bestimmten Zeit, wir wissen seit Mitte der 1930er Jahre, nach welcher Zeit, nämlich etwa nach 10 Milliarden Jahren, gemeinsam wieder verlöschen. Das zeichnen wir in unser Diagramm ein. So, was passiert? Ich habe zwei Situationen eingezeichnet. Eigentlich müssten natürlich die Geraden auch auf die andere Seite vervollständigt werden, aber ich wollte das Bild nicht überladen. Fangen wir hier an. Die Sterne fangen an zu leuchten und nun seien hier gerade einmal so 10 Milliarden Jahre vergangen und danach existieren sie weiter mit gestrichelten Linien als ausgebrannte Sterne, die nicht mehr leuchten, die de facto nicht mehr leuchten. Eine andere Frage ist, was man davon sieht. Schauen wir hin, wir schauen in die Vergangenheit zurück, da dieses mit dem Sternchen 10 Milliarden Jahre sein soll, schauen wir 10 Milliarden Lichtjahre in die Vergangenheit. Verschwindend wenig im Vergleich zu den 10 hoch 23. Stellen wir uns vor, wir schauen wesentlich später nach, nachdem die Sterne alle ausgebrannt sind. Was sehen wir? Wir sehen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft keine Sterne mehr, weil diese Ausbreitungsgerade des Lichtes gestrichelte Linien kreuzt. Und obwohl sie alle ausgebrannt sind, auch die letzten hier, sehen wir noch nicht einmal deren erstes Licht. Dafür müssten wir noch länger warten. Sie sehen, das ist immer die gleiche Idee mit dem Rückblick in die Vergangenheit. Und wenn Sie sich diese beiden Dreiecke anschauen, dieses hier und dieses hier, dann sind die identisch. Das bedeutet, wir sehen im Raum eine Schicht von Sternen, die so dick ist, wie es der Leuchtdauer der Sterne entspricht. also 10 Milliarden Lichtjahre. Und diese Schicht wandert weiter in den Raum hinaus. In unserer Nähe verlöschen welche und wir sehen sie verlöschen. Und jenseits des Horizonts tauchen dafür neue auf und immer ist diese Schicht gleich dick, wie Sie an diesem Bild sehen. Nun brauchen wir nur noch diese beiden Zahlen, diese Schichtdicke und die Blicktiefe bis zum hellen Himmel ins Verhältnis zueinander zu setzen. Hier ist nur aufgeschrieben, was ich eben schon gesagt habe. Das kann ich überspringen. Ich habe den linken und den rechten Bildteil erläutert. Nochmal, die Blicktiefe, das, was wir für den hellen Himmel brauchen, weil unsere Welt so gemacht ist, ist so groß und die Horizontentfernung entspricht oder die Dicke dieser Schicht entspricht der Leuchtdauer der Sterne. 10 Milliarden Lichtjahre dick ist sie und das Verhältnis beider ist ein Zehnbillionstel. Ein Zehnbillionstel. Wenn wir 10 Billionen mal weiter in den Raum hinausschauen könnten und die Sterne würden alle leuchten, dann wäre der Himmel hell. Und nebenbei gesagt, man kann diese Zahl im Großen und Ganzen als zutreffend nachmessen, wenn man die Helligkeit des extragalaktischen Hintergrundlichtes bestimmt, wie Beobachter mitgeteilt haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind an einer Stelle, wo wir begreifen durch einfache Geometrie und eben eine Analyse, wie viel Materie es in unserer Welt gibt, dass die Sterne eben nicht den Himmel hell machen können. Ich brauche es nur noch mal zu wiederholen, weil das wirklich ein Punkt ist, wo wir dann zu anderen Argumenten noch kommen werden. Die Leuchtdauer der Sterne ist viel zu klein, als dass wir eine Chance hätten, 10 hoch 23 Jahre zu warten und dann immer noch leuchtende Sterne zu haben, die alle den hellen Nachthimmel machen. So ist die Welt nicht. Damit haben wir in dem Rahmen, den sozusagen unsere Altvorderungen gesetzt haben, mit kleinen Änderungen, endliche Lichtgeschwindigkeit und endliche Leuchtdauer der Sterne, ein Argument gefunden, warum der Himmel nicht hell sein kann. Auch das habe ich eben schon gesagt. Wir können es, das ist der zweite Punkt, der hier steht, auch so ausdrücken, dass die Zeit, die erforderlich wäre, damit die Sterne durch ihr Leuchten den Himmel hell machen, also eine Umgebung erzeugen, die so heiß ist wie ihre Oberfläche, die Zeit ist im Vergleich zu ihrer Leuchtdauer viel zu groß. Und wie schon gesagt, wir können froh sein, dass das nicht geht, denn dann gäbe es keine Sterne und damit auch nicht uns. Fragen wir doch nun mal, nachdem wir das einigermaßen verstanden haben, wie die Welt denn beschaffen sein müsste, damit der Himmel hell ist. Und Himmel hell heißt, ich sage es nochmal, wo wir hinschauen, ist eine Sonnenscheibe. Man kann ausrechnen, dass ungefähr 184.000 Sonnenscheiben auf den ganzen Himmel passen, da wir immer nur die halbe Glocke sehen, die halbe Kugel sehen, wären wir also gebadet in einem Lichtmeer von 90.000 Sonnenscheiben, die den ganzen Himmel bedecken. Gäbe es dann Louis Armstrong mit seinem großartigen Song And I Sing To Myself What a Wonderful World? Wäre diese Welt wunderbar, sollten wir sie uns wünschen? Wie wäre sie denn? Die Leuchtdauer der Sterne müsste 10 Billionen Mal größer sein, als sie ist. Oder die Sonne müsste so groß sein, dass ihr Radius 15.000 Mal so groß ist wie der Abstand zwischen Sonne und Erde. Oder die Entfernung zwischen den Sternen müsste 0,05 Lichtjahre nur sein. Oder irgendein gescheiter Mix aus allen drei Argumenten. Wir können also sagen, der Nachthimmel ist dunkel, weil die Sterne nicht lange noch leuchten, weil sie zu klein sind, weil sie zu weit voneinander weg sind. Dessen war sich Olbers auch bewusst und er hat eine Antwort gegeben, ob wir uns diese wundervolle Welt wünschen sollen. Wohl uns, dass doch die Natur die Sache anders eingerichtet hat. Die Hitze, die dann herrschen würde, nicht einmal betrachtet. Und jetzt kommt was Erstaunliches. Denn für diese hätte die schaffende Allmacht unsere Erde und die auf ihr vorhandenen Organismen einrichten können. Antwort nein. Hedenfalls nicht Leben auf molekular-biologischer Basis. Will ich nur der höchst unvollkommenen Astronomie gedenken, die dann uns Erdbewohnern noch möglich bleiben würde. Vom Fixsternhimmel würden wir nichts wissen, und zwar eigene Sonne nur mühsam an ihren Flecken entdecken und bloß den Mond und die Planeten als dunklere Scheiben auf dem sonnenhellen Hintergrund unterscheiden. Also keine wünschenswerte Welt. Ganz abgesehen davon nennen wir es die schaffende Allmacht. Sie hätte uns nicht hervorgebracht, um all das zu sehen und zu diskutieren. Lassen Sie mich ganz kurz sagen, aber das mache ich wirklich gewissermaßen im Schnelldurchgang, welche anderen Argumente es gab, um die Dunkelheit des Nachthimmels zu erklären. Kepler hat die Idee gemocht, die sich aus dem Bild, Sie erinnern sich, von Thomas Dickes ergeben hat, mit den unendlich ausgedehnten, im unendlichen Raum gleichmäßig verteilten Sternen. Dann war er sich der Konsequenzen bewusst, die wir diskutiert haben, und ist davor zurückgeschreckt und hat gesagt, okay, etwas salopp ausgedrückt, wenn wir schon die Sterne verteilen und nicht auf einer einzelnen Sphäre sie festmachen, dann bitte nicht bis ins Unendliche. Dann ist die Welt wie eine Insel. Und jenseits davon ist der leere, dunkle Raum. Hier sind andere Namen eingeführt, unter anderem auch der Name von Harlow Shapley, der eine ähnliche Idee hatte und bis in die 1920er Jahre der Meinung war, dass die Milchstraße die einzige Insel ist, die es in diesem leeren Raum gibt. Und 1920 fand die sogenannte große Debatte statt über die Frage, ob das richtig ist oder ob es viele Milchstraßen gibt. Dann kam die Idee auf, man möge doch die Anzahl der Sterne immer weniger werden lassen, je weiter weg sie sind. Und so etwas kann man denken, da kann man auch die Blickentfernung ins Unendliche verschieben. Das ist aber nicht sehr attraktiv, weil es dann einen Mittelpunkt der Welt gibt, wo die meisten Sterne sind hinsichtlich ihrer Dichte, Anzahldichte. Und das ist eine gar nicht kopernikanische Idee, die man zumindest aus diesem Grund verwerfen sollte. Dann gab es das Argument, dass doch der Raum vielleicht nicht euklidisch sei, sondern gekrümmt. Nun darf man sich das nicht so vorstellen wie, wir haben zum Beispiel eine Kugel, etwas nicht euklidisches. Und auf dieser Kugel, ich sage die falsche Idee, stehen unsere Bäume, steht unser Wald. Und dann kann man vielleicht denken, dass wir über die meisten Bäume einfach in den leeren Raum hineinblicken, sodass wir sie gar nicht sehen. Das ist aber nicht der Fall. Gekrümmter Raum heißt, das Licht breitet sich auch in diesem Raum aus und nicht tangential zu ihm sonst irgendwo hin. Und da kann man sich nun vorstellen, dass wir einen Raum haben, der sphärisch ist, mit Sternen erfüllt, das Licht läuft in dieser Sphäre entlang. Und je nachdem, wie dicht die Sterne stehen, kann es passieren, dass das Licht mehrmals diese Welt umläuft und damit die Frage nach dem hellen Nachthimmel noch schlimmer macht. Olbers selber hat gedacht, das liegt daran, die Dunkelheit des Nachthimmels, dass zwar genügend Sterne vorhanden sind, die ihn hell machen könnten, dass aber dazwischen Gas und Staub ist, die das Licht verschlucken auf dem Weg zu uns. Diese Idee ist spätestens Ende der 1840er Jahre, als der Energieerhaltungssatz aufkam, auch verworfen worden, weil es eine bestimmte Zeit dauert, einige 10.000 Jahre, bis so eine interstellare Staubwolke in ein Strahlungsgleichgewicht kommt, sodass sie so viel Licht abgibt, wie sie aufnimmt und damit zur Lösung gar nichts beiträgt. Es gab auch die Idee, dass das Licht stärker abnimmt, als wie wir vorhin gesagt haben, mit den Straßenlaternen, die doppelt so weit weg ist, hat nur noch ein Viertel der Helligkeit. Und dann schließlich, bis Einstein, hatte man ja gedacht, dass das Licht zu seiner Ausbreitung eines Mediums bedarf, das man Äther genannt hat. Und nun kann man anfangen, gedanklich zu spielen und kann sagen, vielleicht gibt es Löcher in dem Äther, durch die kann das Licht nicht durch, weil es nicht transportiert wird. Also vielleicht sind wir in so einer Blase, wo das in so einem Loch im Äther. Und deswegen ist der Nachthimmel dunkel. Und das Letzte muss ich jetzt betonen, mit Einstein kam, das hatte ich vorhin schon erwähnt, die Idee auf, dass diese Welt gar nicht statisch ist, sondern dass sich die, werden wir jetzt mal von Galaxien, voneinander dauernd entfernen. Sodass, wenn man diese Bewegung in die Zeit zurückdenkt, es eine Zeit gegeben haben muss, wo alle diese Galaxien auf engstem Raum zusammen waren und wie wir gleich sehen werden, als solche gar nicht existieren konnten. Das nennt man gerne den Urknall, wobei es vielleicht besser ist, zu sagen, das ist der Frühzustand der Welt, der sich von dem heutigen ein Wasserstoffatom pro Kubikmeter wesentlich unterschieden hat. Darauf kommen wir gleich. Und es war Sir Herman Bondi, der Anfang der 1950er Jahre gesagt hat, weil der Raum expandiert, wird das Licht in seiner Farbe geändert, seine Wellenlänge ändert sich. Das ist auch so. Man nennt das die kosmologische Rotverschiebung, wobei Rot nicht heißt, dass die Objekte dann am Ende rot aussehen, sondern sie senden nur längere Wellen aus, auch im Infraroten. Und das James-Webb-Teleskop, von dem anfangs die Rede war, ist ein Teleskop, das im Infraroten beobachtet, um eben gerade so weit in die Vergangenheit zurückzublicken und junge Galaxien zu sehen, deren Licht so weit rot verschoben ist, dass wir es nicht wahrnehmen mit unseren Augen. Und so hat Bondi gesagt, die Dunkelheit des Nachthimmels beweist, dass das Universum expandiert. Und dahinter steckt die Vorstellung, ich rede jetzt von Sternen, Sie können das aber auch durch das Wort Galaxien ersetzen, es sind durchaus alle Sterne, alle 90.000 Scheibchen sozusagen sind da. Wir sehen sie nur nicht, weil ihr Licht so weit rot verschoben ist, dass es nicht mehr von unseren Augen wahrgenommen werden kann. Das hat er gemeint. Und das ist falsch. Denn wir haben gesehen, wir brauchen keine Expansion. Und leider steht das in ganz vielen populärwissenschaftlichen Büchern heute immer noch, als ob Bondi recht hätte. Aber der Satz stimmt, wie ich Ihnen zum Schluss jetzt zeigen will, nur nicht so, wie sich Bondi das gedacht hat. Wir haben gesehen, denken Sie an die Bilder mit dem Horizont, es sind nicht genug Sterne da, die den Himmel hell machen könnten. Die meisten sind hinter dem Horizont. Und wenn wir auf sie warten, auf ihr Licht, dann verlöscht das in der Umgebung schon wieder, in unserer näheren Umgebung. So war unsere Argumentation. Man kann also wirklich die Dunkelheit des Nachthimmels verstehen, in dem Rahmen, in dem diese Frage entstanden ist. Wir brauchen dafür die Expansion nicht. Und wenn wir sie doch heranziehen, dann trägt sie nur dazu bei, einen ohnehin dunklen Nachthimmel ein bisschen dunkler zu machen. Und die Leute, die sagten, im Sinne, wie Bondi es gemeint hat, wenn Bondi recht hat, dann trifft das auf expandierende Kosmen zu, wo sich der Abstand der Galaxien mit der Zeit ändert. Dann dürften in statischen Kosmen, die wir da betrachtet haben, mit den parallelen blauen Linien, die Argumente nicht zutreffen und der Himmel wäre hell. Ist er aber nicht. Also werfen wir einen kurzen Blick auf Welten, die sich ausdehnen. Und ich habe das auch wieder nur notiert, sozusagen, als Merkhilfe für mich selbst, wenn, und das steht hier im Wesentlichen hier in diesem Ausdruck, wenn es so ist, wie wir schon erklärt haben, dass am hellen Nachthimmel ein Faktor von 10 Billionen fehlt, dann macht es auch nichts, wenn die Helligkeit nochmal um die Hälfte heruntergedrückt wird. Das ist fast nicht wichtig. Und von dieser Größenordnung, die Hälfte oder drei Fünftel oder so etwas, sind diese Zahlen. Insofern ist das völlig unbedeutend für die Frage, warum die Sterne oder Galaxien den Nachthimmel nicht hell machen, dass die Welt expandiert. Und jetzt kommt der Schluss der Geschichte, dann sind wir auch durch. Wir müssen noch etwas erzählen, was wir erst seit der Mitte der 1960er Jahre erzählen können. Und das ist die Antwort auf die Behauptung, die ich gemacht habe, dass Bondi doch recht hat, nur in einem anderen Sinne, als wie er es ursprünglich dachte. Wir kommen jetzt zu so einem Urknallkosmos, von dem ich sagte, sein Frühzustand war anders als heute. Es gab keine Sterne, es gab keine Galaxien, sondern diese Welt war von Strahlung erfüllt. Hätten wir hinschauen können, damals vor Ort, dann hätte es einen hellen Olbershimmel gegeben, so würde ich das einmal sagen. Und wenn Sie Strahlung von sehr hoher Temperatur haben, und jetzt kommt die Teilchenphysik ins Spiel, dann kann es passieren, dass sich Kernbestandteile, Protonen und Neutronen, zusammenfinden und vielleicht zufällig, sagen wir, einen Heliumkern machen. Kein Heliumatom, ein Heliumkern. Früh genug in der Vergangenheit war die Temperatur so hoch, dass ein solches Zufallsprodukt sofort wieder, wie man sagt, dissoziiert, also zersprengt wird. Und nun die Idee, wenn sich Strahlung in einem sich ausdehnenden Universum befindet, dann kühlt sie ab und ihre Wellenlänge wird größer. Sie wird rot verschoben und die Temperatur sinkt. Das heißt, man kann im Prinzip jedenfalls die Frage beantworten, sage mir eine Konstruktion, zum Beispiel ein Atomkern oder ein Atom oder ein Molekül und ich sage dir, wann die Welt alt genug war, damit ihre Temperatur, die Strahlungstemperatur so runtergegangen ist, dass eine solche Konstruktion dauerhaft zusammenhalten kann. Nach den ersten drei Minuten im frühen Universum war die Strahlung schon so weit abgekühlt, dass komplizierte Atomkerne sich nicht finden konnten. Und es hat ungefähr 400.000 Jahre gedauert, bis Elektronen sich binden konnten an einen Proton, um zum Beispiel ein Wasserstoffatom zu machen. Warum ist das wichtig? Wir wissen, dass Elektronen ungefähr nur die Masse von einem Zweitausendstel der Protonenmasse haben. Damit sind sie sehr beweglich gegenüber diesen schweren und trägen Protonen und stellen sich als Streuzent von dauerndem Licht in den Weg. Sie hätten sozusagen in diesen Urfeuerball hineinschauen können und hätten nichts gesehen, was dort, wenn stattfindet. So wie sie vielleicht in ein Herdfeuer gucken und sehen die Kohlen nicht, die dort glühen. Nach 400.000 Jahren ist die Temperatur niedrig genug, damit ein Wasserstoffatom, das sich bildet, nicht dissoziiert wird. Dann werden diese beweglichen, zapplichen Elektronen weggefangen von den Protonen. Der Raum wird durchsichtig, die Strahlung kann sich ausbreiten und was mit ihr geschieht, ist, sie wird nur noch rot verschoben. Das ist die Idee. Das ist das physikalische Argument, wie wir uns heute vorstellen, was mit ganz anderem Hintergedanken Johann Mädler als die Erschaffung der Welt bezeichnet hat. Ich habe hier in unser bekanntes Diagramm einmal eingezeichnet diese symbolisch ersten 400.000 Jahre des nicht durchsichtigen Universums. Das verkürzt unsere Horizontentfernung ein bisschen, weil es eben nicht bis auf Null geht, sondern bis auf diese obere Kante hier. Und die Sterne sind danach entstanden, wie ich Ihnen schon sagte, denn in dieser Hitze hätten sie nicht existieren können, weil sie nicht hätten strahlen können. So, und der Rest ist schnell erzählt. Wir haben bei 400.000 Jahren Weltalter eine Temperatur von 2000 Kelvin. Dann dehnt sich die Welt aus, die Strahlung wird rot verschoben und die Temperatur nimmt ab. Das zeigt das nächste Bild. 3000 Kelvin. Dazu gehört nach den Gesetzen, nach den Planck'schen Gesetzen der Strahlungsphysik eine Wellenlänge der Strahlung von 967 Nanometern, das ist ungefähr ein Mikrometer. Damit handelt es sich um Strahlung im nahen Infrarot und da es sich nicht nur um eine Wellenlänge handelt, sondern um ein ganzes Spektrum, können wir sagen, eigentlich ohne Rotverschiebung müsste der Nachthimmel nicht schwarz sein, sondern so ein schwaches rötliches Glimmen haben. Das hat er aber nicht. Und da gab es nun diese Entdeckung im Jahr 1965, die Arnold Penzias von Robert Wilson gemacht haben. Sie haben bei den Bell-Telefonlaboratorien gearbeitet und waren damit beschäftigt, die Aussendung von Radio, Ausbreitung von Radiostrahlung in der Erdatmosphäre zu untersuchen. Und dann haben sie eine Strahlung wahrgenommen, die einer Temperatur von knapp drei Kelvin entspricht. Und da gibt es viele Storys. Sie glaubten zunächst, dass in der Antenne, die sie da im Hintergrund sehen, ein Taubenpaar genistet hat, das hat es wirklich, und dass der Dreck dieses Taubenpaares die Dielektrizitätskonstante dieser Antenne verändert hat, sodass sie also dieses Rauschen als Dreck-Effekt hatten. Dann stellten sie aber fest, das kommt gleichmäßig aus allen Himmelsrichtungen und gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt. Und nicht weit weg in Princeton saßen die Theoretiker, die wussten, was diese beiden Herren gemessen hatten. Sie haben gemessen, die um den Faktor 1000 rot verschobene schwachklimmernde Wand. Um den Faktor 1000 rot verschoben heißt, die Strahlung landet im Mikrowellenbereich. Und nun haben wir am Ende auch die Antwort auf die Frage, was die Schmerze des Nachthimmels ist, je nachdem, wie Sie es mögen. Was Sie sehen, oder Sie können auch sagen, was Sie nicht sehen, also diese schwarze Wand zwischen den Sternen und Galaxien, das ist die in den Mikrowellenbereich verschobene Strahlung des Urfeuerballs. Bondi hat recht. Sie sehen einen Beweis dafür, dass das Universum expandiert. Aber Sie schauen nicht auf Sterne, die Sie nicht sehen, sondern Sie schauen, gucken wir uns das ruhig noch mal an, Sie schauen auf diese leuchtende Wand und sehen sozusagen viel weiter zurück, bevor überhaupt Sterne und Galaxien entstanden sein können, in eine Zeit, als die Welt ungefähr 400.000 Jahre alt war. Es gab dann eine Reihe von Satellitenmissionen, die diese kosmische Hintergrundstrahlung genau vermessen hat, unter anderem den Planck-Satelliten. Und hier sehen Sie, wie der Planck-Satellit den Nachthimmel sieht. Das sind aber falsche Farben. Hier wird kodiert, wie die Temperatur der Hintergrundstrahlung von diesen 2,735 Kelvin abweicht. Aber die Antwort heißt, diese Antenne von Penzias und Wilson, die Antenne des Planck-Satelliten, wenn man die fragen könnte, ob der Nachthimmel hell ist, würden Sie sagen, ja, der leuchtet bei 3 Kelvin, knapp 3 Kelvin. Nur wir haben kein Sensorium, um das auch so zu sehen. Deswegen sehen wir sozusagen nichts. Und das ist die Erklärung für die Schmerze des Nachthimmels. Damit können wir, und damit bin ich jetzt auch gleich am Ende, damit können wir sagen, wir haben zweierlei. Verstanden. Erstens, warum machen Sterne den Nachthimmel nicht hell? Ich wiederhole noch mal ganz kurz, sie leuchten nicht lange genug, sie sind zu klein, sie sind zu weit voneinander weg. Das hat mit der Expansion des Universums fast nichts zu tun, jedenfalls nichts quantitativ Wichtiges. Und die Expansion des Universums ist entscheidend für die Frage, was geschieht mit diesem anfänglichen Urfeuerball. Er wird tot verschoben, nur eben leider so weit, dass wir mit unseren Augen davon nichts mehr sehen. Ich schließe noch einmal ab mit einem Bild von dem James-Webb-Teleskop. Da haben Sie diesen Eindruck noch einmal und Sie sehen, das ist aber nicht unser Thema, so ganz nebenbei hier in Gestalt dieser verzerrten Gebilde auch hier wieder eine ganze Menge von sogenannten Gravitationslinseneffekten, also wie nach der einsteinischen Theorie das Licht durch schwere Felder abgelenkt wird. So, damit bin ich jetzt mit dem Thema zu Ende. Ich möchte als Schlusssatz Folgendes sagen. Wie geht man mit so etwas um? Natürlich war das eine Menge Information. Auf Mathematik haben wir verzichtet, nur ein paar Zahlen genannt. Ich denke, man muss das, wenn man will, alles noch einmal durchdenken. Schön wäre es, wenn Sie diese Idee behielten mit dem Blick zurück in die Vergangenheit, der uns so sehr für die Lösung wichtig ist. Und wenn Sie sich jetzt den dunklen Nachthimmel anschauen und ich hoffe mit einem wissenden Auge, dass ich dazu ein klein wenig beitragen konnte, dann sollten Sie nicht ernüchtert sein und sagen, ich weiß ja, wie das geht, sondern Sie sollten vielleicht noch mehr fasziniert sein von diesem Phänomen, weil es uns eben Angelegenheit gibt, über die großen Fragen in der Kosmologie nachzudenken. Oder wie es einer der großen in unserem Fach, der Physiker Richard Feynman, gesagt hat, in einem seiner Bücher, es schadet dem Mysterium nicht, wenn man ein klein wenig darüber weiß. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.